Willkommen zur Aerosus Einbauhilfe für den Kompressor für Mercedes W221 S-Klasse. Vorbereitung. Vor dem Einbau ist folgendes zu beachten. Klemmen Sie die Batterie ab. Heben Sie das Fahrzeug erst dann an den dafür vorgesehenen Punkten an. Weitere Hinweise. Vor und während dem Einbau ist folgendes zu beachten. Ziehen Sie alle Schrauben laut den OEM Herstellervorgaben mit vorgegebenem Drehmoment an. Pausieren Sie bei Bedarf das Video, um die Teilschritte zu lesen. Schritt 1. Hintere Unterbodenabdeckung entfernen. Schritt 2. Vordere Unterbodenabdeckung entfernen. Schritt 3. ZUCK 2. ZUCK 3. RÖ. Schritt 3. ZUCK 1. Schritt 5. Raug 1500 mm. Schritt 27. RÖ. Schritt 6. Raug 500ff. Schritt 5. PRIN块 Schritt 4. Schritt 3 – Kompressor freilegen Drücken Sie die rechte Unterbodenabdeckung etwas zur Seite. Lösen Sie die Schlauchklemme am Kompressor und entfernen Sie den Schlauch. Schrauben Sie den Druckluftschlauchverbinder heraus. Entriegeln Sie die Anschlusskabel und ziehen Sie sie ab. Schritt 4 – Kompressor ausbauen Lösen Sie die Befestigungsschrauben Nehmen Sie den alten Kompressor heraus. Schritt 5 – Gummipuffer der Befestigungsschrauben an den neuen Kompressor umbauen Schritt 6 – Neuen Kompressor einbauen Setzen Sie den neuen Kompressor ein. Schritt 5 – Keim beim enqueln Schritt 5 – A weariert-aprieren Schritt 5 – Schlauchkott Schritt 5 – Neuen Kompressor Schritt 5 – Be ecology Ziehen Sie die Befestigungsschrauben gleichmäßig an. Schritt 7 Luftschlauch befestigen Stecken Sie den Luftschlauch auf. Befestigen Sie ihn mit der Klemme. Schritt 8 Überdruckschlauch und Anschlussstecker befestigen Entfernen Sie den Messingsicherungsring vom Überdruckschlauch. Stecken Sie die Leitung in den neuen Kompressor, bis ein Einrasten zu hören ist. Ziehen Sie die Überwurfmutter nicht an, sondern stecken Sie den Schlauch nur ein. Schließen Sie den Anschlussstecker an. Schritt 9 Vorderen und hinteren Unterbodenschutz einbauen Weitere Hinweise nach dem Einbau ist Folgendes zu beachten. Das mitgelieferte Relais muss ersetzt werden. Das Luftfederungssystem des Fahrzeugs muss dicht sein. Der Ansaugschlauch des Kompressors darf nicht porös sein. Lassen Sie das Fahrzeug komplett ab und schließen Sie erst dann die Batterie an. Starten Sie den Motor und warten Sie, bis das Fahrzeug wieder auf Normalhöhe ist. Wählen Sie danach in der Mittelkonsole das erhöhte Niveau an und warten Sie, bis es erreicht wurde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017